Ich habe mich schon mal ein bisschen geübt, im aggressiven Abwarten, aber jetzt ist es vorbei. Suspect Fighting Championship am 18. Mai in Bielefeld, Autohauslands. Und neben mir Ivo Efe. Hey, Ivo, grüß dich. Hi. Dein Trainer hat mir erzählt, du bist ja so ein bisschen... Zurückhalten. Ja, du wirst ein bisschen zurückhalten, weil du zahlst deine Qualität im Ring. Ja genau, ich versuch's. Erzähl mal ein bisschen, du hast ja sehr gute Referenzen. Wie viele Kämpfe hast du gemacht und wie viel hast du davon gewonnen? 18 Kämpfe habe ich bisher, davon 16 konnte ich für mich entscheiden. Das ist schon mal schöne Statistik, würde ich meinen. Du bist nicht zufrieden? Ja doch, eigentlich schon. Ja, wollte ich sagen. Aber das ist Zeug für Disziplin. Ich denke mal, dass du auch Perfektionist bist, was das Kämpfen angeht. Genau. Was steht denn noch bevor jetzt? Am 18. Mai wirst du bei der Suspect kämpfen? Ich bin da angemeldet und wenn sich einer ergibt, dann kämpfe ich da gerne. Ja, wenn nicht, dann springe ich Kurs für sie ein. Nein, bloß nicht. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Nein, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei bist und ich wünsche dir alles Beste für dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.